Hallihallo und willkommen zu einer neuen Feuer mit Dragon Ball Z Kakarot. Vielen Dank! Vegeta, wir haben alle sieben von den Dragon Ball Z, genau wie Sie gefragt haben! Gut, jetzt schnell und sieben den Namekian-Dragon! Ich habe zwei Worte für Sie. Erstens, dass die Erde zurückgekommen, wie sie war. Dann muss ich zurückgekommen, alle, die seit dem Tag der Welt, selbstverständlich jemanden, der evil ist. Es sind die zwei Worte! Ich muss jetzt die Worte machen? Was ist der dritte Worte? Der dritte Worte nicht wichtig! Sie müssen schnell! Worte! Vegeta, über das zweite Worte. Wahrscheinlich wäre es leichter, einfach zu bringen, alle, die Böe von Böe, nicht wahr? Wenn wir das bitten, Babidi und Daburu werden auch wieder zurückgekommen! Plus, alle die Leute, die ich in der Welt, die Arena der Welt nicht wieder zurückgekommen würden. Oh, ja! Mann! Du hast wirklich gedacht, dass du das durch! Wir haben ein Problem! Ich habe nur gemerkt, dass Purunga nur eine Person zurückgekommen, aus dem Todes. Das ist nicht mehr eine Frage. Nach dem Fall mit Frieza, ich habe die Freiheit, um die Worte zu erzeugen, um die Worte zu erzeugen, die Worte zu erzeugen. Wirklich? Also können wir wieder so viele Leute zurückgekommen? Keine Ahnung! Alles ist okay! Gut! Jetzt machen wir die Worte! Die Worte! Nun, sagen wir seine Worte. Ich werde alle drei Worte, die Sie desigieren. Das ist ein Feuer. Takrapto-Papurunga-Papurito-Paro! Ein langweiliger Planeten, der die Erde, wurde recientemente destroyed. Bitte bringe sie zurück! Ok, schau mal. Seine erste Wälder wurde gegründet. Ja! Jetzt dann, schau mal dein zweites Wälder. Um, wie soll ich das beschreiben? Pipotara, Sariman-Po-Po, Toteripo! Um, bitte bringe back all those killed after the wizard Bobbidi arrived on Earth! Oh, except anyone evil! Entstanden. However, it will take some time. That is a lot of people to revive. Right. What? What's wrong, Dindy? Have you made the wishes yet? Hey, now! Quit your yammering, would you? This Purunga fellow is doing what he can! Thank you for your patience. Your second wish has been granted. Vegeta, we did it! Everyone should be back now! Look! Your Halo's gone, Vegeta! You're alive now! That's great. I guess that means you're not a bad guy after all. What the? Wait a sec. Wasn't I killed by Boo? Huh? What's going on? Huh? Oh, I think I get it now. You're thinking of having Gohan and Gotenks join us in the fight. No. You're going to prepare that attack of yours. The Spirit Bomb. A Spirit Bomb? Really? You're kidding me, right? Who's totally not going to let me gather energy little by little from people on Earth? Didn't I tell you that the people of Earth need to save themselves for once? It's not going to be little by little. They're going to give every ounce of energy they've got. Hey, Supreme Kai, listen up! Get me in touch with the people of Earth! Right away! Leave that to me! That's my specialty! Who's that? I know that voice! It's King Kai! Bingo! You know, Vegeta, I'm quite touched you thought of my technique. Now then, speak! Not just the Earth, but the entire universe is listening! Good. Thanks. People of Earth, listen here! I'm communicating with you from a far away place! Every one of you was killed by Majin Buu, but we used a strange power to bring you all back to life! Everything should be back to the way it was before. And no, this is not some kind of dream you're having! As I speak, right at this very second, there's a warrior here fighting Majin Buu on your behalf! But the truth of the matter is, he's run out of energy and can't fight anymore! That's why we need your help! Raise your hands into the air! We're going to use your energy to defeat Majin Buu! You'll feel tired afterward, but no more tired than after a good workout! Now, raise your hands! All right, Kakarot, begin! You bet! Everyone! Lend me as much of your energy as you can! Please! He's forming a spirit bomb! You got it, Dad! Huh. That didn't sound like Vegeta in the slightest. You heard the man! Hands up! Hands up! Huh? What? Whoa! Here it is! This thing's huge! I can feel energy from Gohan and the others! It's still not enough! Why? Watch out, everyone! Sounds like your energy could really be drained! That sounds painful! It's gotta be a trap! Yeah, I'm not gonna listen to some mysterious voice in the sky! I bet it's that Mobbity guy trying to trick us again! Damn those bastards! Not a single one of them are listening to a word I said! Hey, where are these voices coming from? Damn! Things are looking grim! The fat ones hanging on by only a thread! What are you doing? Cut it out! Stop it right now! Eh? Damn it! He spotted it! Kakarot! I'm going to try and buy us some more time! You try and convince the imbeciles of Earth to give you more energy! Oh, no! Not again! Buh! Hurry, Kakarot! You found some time? Wait a second! You just came back to life! There's no way you have enough energy to fight! You won't have to hold them all for very long! Oh! What are these noises? Oh, jetzt kommt er schon wieder mit der Attacke. Jetzt aber auch wieder in eine Lustigkeit verwandelt. Oh, jetzt kommt er schon wieder da mit in der Ecke. Oh, jetzt kommt er! Ah, läuft ja. Kommt der schon wieder, oder nicht? Oh, mit A haben wir abgeschlossen. Vater. Ah, das Wort. Genau. Ich weiß endlich, wer dieser Wort ist. Er ist für Goku. Er und die anderen sind gegen Margin-Bü. Hurry, Upa! Auf die Hand in die Höhe. Ich verstehe. Also ist das, wer es ist. Hm. Es ist ein Zeitpunkt, seit ich das gehört habe. Es ist Goku. Es ist Goku, Sudo. Genau. Ich wusste, es war er. Es ist nicht gut. Ich habe nur ein bisschen mehr bekommen. Was ist passiert? Warum sind die Leute mir ihre Energie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was es tut. Ich weiß nicht. Es sind alle, die Leute zufrieden. Ich weiß nicht, dass ihr alle über die Erde interessiert habt. Wie soll die Universität? Kommt ihr morgern. Ich hoffe, dass das alles nur eine Lüge ist. Das Majin-Büse wahrscheinlich nicht real ist. Ja, wir wahrscheinlich sind alle einfach nur durch einen Hypnotist. Das ist genug, alle von euch! Warum will ihr nicht cooperieren? Willst du nicht ignorieren, von dem großen Mr. Satan? Was? Mr. Satan? Was macht er da? Es ist wirklich ihn! Es ist Mr. Satan! W-W-Waite! Also ist Mr. Satan, der gegen Majin-Büse gerade jetzt? Ja, das ist richtig! Ich werde Majin-Büse verwenden, aber ich brauche alle Hilfe zu tun. Das ist wichtig, dass sie mich nicht glauben würden, wenn ich gesagt habe, dass ich sie kämpfe. Das wichtigste ist, dass der Büse verletzt wurde, richtig? Aber ganz gut? Das ist wichtig! Herr Satan! Herr Satan! Herr Satan! Herr Satan! Herr Satan! Herr Satan! Go, Dad, go! Is it done yet? What's taking so long? Come on, Vegeta! Hang in there! It's... it's no good! It's done! Get out of the way, Vegeta! You're gonna get caught in the blast! Forget about me, you idiot! Just throw the damn thing already! Oh, we'll fight again! You too, Gabibu! Mr. Feene and everyone went through a lot to get hit! I'm not gonna let it go to waste! I'm gonna let it go! Yeah! Ah! 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 Nein! Da kann ich auch! Da kann ich auch! Nein, da muss ich aber kommen! Mein Tricks hier voll machen! Ok, wir können doch kein Rage. ich habe mich schon wieder mal und krieg gleich noch einen hinterher. Wir sind Stufe 70. Gut gemacht, Mr. Satan. Ich habe mich voll geirrt, was dich angeht. Du bist wahrhaft ein Held. Nein, komm, 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 komm! Nein, nein, nein! Wir, wir vergessen eine Sache. Kakarot ist zu schwer, um es zu tun. Was? Jetzt müssen wir was machen? Wie lange muss ich warten? Du hast nicht einen dritten Willen? Das ist richtig! Porunga! Kannst du die Energie von jemandem genannt, Goku? Ich kann. Das ist großartig! Bitte mach es jetzt! Burrito Porro! Es ist nicht gut! Goku! Ich benutze das letzte Wille, um deine Energie zu erhöhen! Du bist noch zurück zu vollem Kraft? Ja, ich bin sicher! Danke, Dragon Balls! Du hast recht gut gemacht! Du bist ziemlich fantastisch! Du bist so schwer! Du bist so schwer, auf dein eigenes Leben! Ich hoffe, du bist du als jemandem tollen. Ich will dich gegen dich wiederholfen. Ich werde dich wiederholfen. Und ich werde immer noch stärker werden. Later. Und ich werde immer noch stärker werden. Boah, ey Karamba, was eine Explosion. Was ist das? Wohinbar. Und ich werde immer noch stärker werden. Ich habe noch eine Angelegenheit. Du hast es gemacht? Du hast es gemacht, richtig? Leute von Erde, das ist der Welt der Martial Arts Champion, Mr. Satan! Dank an deine Erfahrungen, der verrückte Majibu hat endlich getötet. Du kannst ruhig sein, dein Reign of Terror hat zum Ende. Mr. Satan! 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 Hey, es ist Boo! Was? Er ist noch alive! Bitte, bitte, du musst ihn heal! Du kannst das tun, richtig? Mit dem gewissen Kraft von deinem? Nicht so schrecklich, du moron! Geh aus der Weg! Ich werde ihn enden! Stopp, nein, nicht ihn! Er ist nicht so schlecht! Ich versuche! Schau, bitte! Ich versuche dich! Ich versuche, ich versuche, ich versuche, ich versuche, dass ich einen Augenblick auf ihn werde! Er hat einen Augenblick auf ihn? Keine mich lachen! Was kann ein Powerless fool wie du machen? Geh aus und heil Buu, Dende. Was? Du bist aus deinem Geist? Geh aus, Vegeta! Es wird gut! Geh aus! Wenn es nicht für diese zwei hier wäre, wir würden alle sterben, nicht wahr? Geh aus! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war Dragon Ball Z Kakarot Ich danke euch fürs Zusehen Wir hören uns dann spätestens im nächsten Projekt wieder Bis dann und viel Spaß mit dem Video